Dann kann ich die auch mal gleich bis ganz oben bauen. Und hier eigentlich auch. So, zwei reicht ja eigentlich. Dann kann ich hier ja im Prinzip... So, uchala. Ungefähr so hatte ich mir das ja auch mal eben vorgestellt. So, so soll es gehen. Wobei ich den Eingang hier mit Sicherheit nie treffe. Sind die etwa unterschiedlich hoch? Warum sind die unterschiedlich hoch? Sind die unterschiedlich hoch? Die sind unterschiedlich hoch. Warum? Achso. Da ist noch... Da ist schon... Ah, und hier ist noch kein... Ach Gott, ich treffe den Eingang. Doch, okay, super. Wie war denn das da wohl in der Ecke? Da hatte ich glaube ich so gemacht. Da hatte ich so gemacht. So. Nein, nein, doch. Ah. Uh, 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 uh. Ja, dann würde ich sagen, kommt hier auch der Eingang hin. Ich weiß noch... Ich habe noch keinen blassen Schimmer wie ich hier die beiden Treppen... Und dann müsste ich die beiden Treppen ja direkt übereinander. Ne, die eine ist da, die andere ist da. Das ist... Das scheint mir gut zu sein. Eine clevere Lösung, Herr Sommer. Völlig aus Versehen... ... hat sich hier diese... ... gute Lösung, äh, aufgedrängt. Von irgendwo her kam sie her. Das ist schön. Seine willkommen, gute Lösung. So. Das war jetzt natürlich an der falschen Stelle. War ich da weiter draußen oder weiter drinnen? Ich war weiter außen, ne? Dann wollen wir das hier bitte auch so haben. Und zwar genauso. Nämlich hier? Ja, hier. K, K, K. Agent K... Agent K... Agent K... Ne? Hup, hup. da ist doch gar keiner genau ist da einer hoch wir alles gucken hier denn es ist erst wieder da sitzplatz verschwindet und da glaube ich und da ach jetzt habe ich ja habe ich ja nicht habe ich ja gar nicht so hier ist natürlich die special garderobe wie heißen das galerie bei lustrale balkon da muss auch unbedingt da muss das hin was das gemeine volk dann abgrenzt hier ist natürlich für könige und königinnen da kommt man nicht einfach so rein hier da muss man schon very important person sein so der vip bereich da ist er ja das ist ja schön doch das gefällt mir das finde ich ziemlich cool muss ich gerade sagen das finde ich ziemlich cool so den den blick dahin zumindest aber es ist auch dunkel also und in bad und mit sie ist alles okay wollen wir uns hier aufhalten mit der verdronung so doch nicht her so mal so doch nicht das ist aber auch doof vielleicht zu klein hier der raum für die royals vielleicht zu klein der raum für die royals da wollte ich gar nicht runter sieht doch nicht aus wie ein thron oder gar nicht eigentlich so eigentlich irgendwie auch nicht könnte sich da ja hinlegen wenn sie wollen ja was genau kann ich tun damit das besser ausschaut was kann ich tun damit kann ich wahrscheinlich nicht so wirklich was machen weil der setzt das ja falsch dahin genau so sieht es aber irgendwie auch doof aus dann muss ich das wohl doch anders machen muss ich wohl ach dann wollen wir doch mal welche wolf war ja die habe ich ja jetzt umgeändert die wolf habe so ein gemeines ding dann nehme ich doch mal den ja jetzt würde schön że gott 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 k sees herself in the beginning này die holen gibt es anak 13 11 9 9 9 10 10 9 9 11 10 die seien so das sieht ja irgendwie auch ein bisschen geschürt aus zu viel oder so Ja, dann muss ich wohl erstmal dafür Sorge tragen, dass das hier nicht so ganz bekloppt ausschaut, indem ich hier mal oben... Nein, so doch nicht. So, 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 so. Halfslaps werfen natürlich immer so einen komischen Schatten, wenn ich das mal so anmerken darf. Dann kommt der da auch weg. Ach, Mann. Was macht denn der da jetzt im Moment für Geräusche, der Halfslap? Der klingt ja komisch, aber wir spielen da auch übrigens im Moment wieder mit dem aktuellen Snapshot. 12W38. 132, wie Bertha. Und in diesem Schnappschuss verhält es sich doverweise so, dass... was genau hat der herr sommer jetzt eigentlich vor ach ja ich wollte auf jeden fall mal hier irgendwie roten teppich auslegen natürlich das muss ja so sein und dann würde ich da jetzt gerne so was wie irgendwie ein stuhl oder so was hinbauen drohen die frage ist die frage ist wie baut man den so eigentlich wollte ich hier rolle halb in den boden versenken und aber das kann ich natürlich auch immer noch machen das mache ich jetzt auch noch mal statt hier roten teppich mache ich mal jetzt hier aber das gefällt mir glaube ich nicht so gut ich glaube das gefällt mir nicht ganz so gut vor allem weil die jetzt gar nichts sehen können wenn die da muss das halt weg so das mache ich dann vielleicht woanders hin vielleicht auch nicht ich probiere das jetzt mal eben hier ach da kann ich jetzt ja nicht doch so das ist schon mal die sitzfläche dann ist das nämlich das doofe dabei kann ich da das da und dann mache ich da jetzt zwei gold blöcke hin übereinander also insgesamt vier gold blöcke naja ok ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber hey hallo steht auch irgendwie mir zu dicht da naja sieht ein bisschen sieht ein bisschen trotzig aus oder und wenn ich da jetzt einfach das dunkle wenn ich später Holz drauf setze und da brauche ich ja natürlich noch ah warte mal, statt Gold könnte man auch statt Gold könnte ich auch theoretisch, aber ich glaube, die granul scalingあの ich glaube die kriege ich nicht an ich weiß es nicht aber ich glaube ich krieg sie nicht an da drunter ist schon ziemlich ende na gut dann aber vielleicht sieht das trotzdem besser aus klingt ja komisch naja sieht aber auf jeden fall besser aus als ja ich glaube man weiß was gemeint ist oder ich glaube man weiß was gemeint ist so da kommt dann ja cool ich kann ja auch zuschauer hinsetzen das ist ja geil ich sage ich setze hier überall zuschauer hin das ist ja cool riecht das wirklich das könnte man machen das überlege ich mir noch mal die sehen ja ein bisschen komisch aus da in ihrem naja was soll's und hier kommt natürlich keiner raus redstone gibt mir mal eben redstone und gibt mir mal eben da so jetzt vielleicht schade kann man die eigentlich auch quer aufhängen so geht das das geht wahrscheinlich nicht mehr glaube ich okay schade hätte sein können dann ist das hier natürlich doof das sind ja ganz neue geräusche hier das holz beim setzen machen das ist nicht so beabsichtigt gewesen weg da weg da weg da weg da also irgendwie bin ich nicht zufrieden also machen wir den ganzen kram nochmals von vorne die türen kommen weg die kommen weg da kommt nur eine hin oder so und das ist mir irgendwie doch ein bisschen schmal hier also war ich das auch so die kriegen halt ein bisschen mehr platz und die anderen dafür etwas weniger das ist halt so da müssen die leute die normal sterblichen einfach einmal durch so zack kann ich ja hier gar keine da habe ich irgendwie mich verplanter das sieht jetzt bestimmt total blöd aus wenn ich den da so mache tja ach der war hier sowas sieht man doch eh nicht so ok jetzt habe ich aber was kaputt gemacht hier doch da da sich die wand überall einen vor oder so mehr mache ich nicht ja irgendwie ist das doof ne also vorher war es eigentlich besser dann hatten wir halt ein bisschen weniger platz ab obwohl ja eigentlich mal gucken habe ich das hier richtig getroffen ja so von außen sieht es wahrscheinlich ein bisschen blöde aus ach das geht aber auch noch das geht ja auch noch so hier kommt man nachher rein ach man ich hätte das drei ungerade eine ungerade zahl von feldern machen sollen tja nun ist es zu spät und ich weiß immer noch näh das kommt scheiß drauf haben wir halt weniger platz hier ich kann mich einfach hier da bin ich einfach das finde ich nicht gut jetzt hier dem normalen volk den ganzen raum zu klauen das finde ich nicht in ordnung wenn sich kate und william oder wie auch immer da können die queen die elisabeth war es glaube ich auch okay da können die sind da können die da nähe hier nix die sind ja auch genauso sozial glaube ich eingestellt wie ich hier und sagen auch dass unser volk hier ein bisschen mehr das darf ich jetzt gar nicht sagen wird jetzt fast was aber die lasse ich jetzt stecken im set 0 im set 0 so dann würde ich mal gucken hier lalalala ich habe also hier jetzt eigentlich die ganze zeit auch gar nichts gemacht das ist schon mal viel wert und die kriegen jetzt bescheuerten helden halben hellen halben da, da, da kann ich nichts hinsetzen doch, so war es aber nicht gedacht die sollen dann fällig dicht dran sitzen und damit das ein bisschen was hermacht kommt dahinter noch so ein so ein Dings da so, und meinetwegen können da auch noch so Köppe drauf so, zack, quasi als Ersatz da habe ich gerade ein bisschen an Lego mit in Minifiguren lasse ich die da einfach jetzt da oder mache ich die, mache ich die wieder weg nein, ah, den na, willst du wohl da hingucken wo das so, da vielleicht auch noch ein paar und dann gucke ich mal nachher wie das denn ausschaut und vielleicht mache ich die auch wieder weg ich meine, das sind natürlich keine echten das ist ja alles hier sowieso nur gefakt da passt das ja eigentlich ganz gut rein so, dann haben wir den Zuschauerraum bis auf die Treppe nach oben haben wir den ja auch schon mal oh oh Gott oh Gott, oh Gott holiday ich muss mal eben von außen gucken von außen das ist etwas sehr gewaltig das Gebäude und muss von außen auf jeden Fall anders aussehen definitiv muss es von außen anders aussehen ich weiß noch nicht wie helles holz helles holz gut dass ich die andere hälfte nicht gesetzt haben also dem sollte ich mich dafür dass zunächst widmen aber vorher muss ich hier noch ein bisschen was bauen ja da könnten ja theoretisch auch da ist halt nicht so hoch hier habt ihr ist halt so ne das ist für arme leute das ist so fuß leute so ungefähr hatte ich mir das jetzt gedacht so in etwa hatte ich mir das gerade gedacht und übergelegt so eine halbe können wir hier nicht mehr hin denn das wäre unfair das wäre sehr unfair und hier machen wir so stand podeste irgendwie ungefähr da wird man auch sieht wie es gemeint ist und die auch noch drauf gucken können ja ist doch gut sehr schön sehr schön sehr schön hast du das gebaut sehr schön ja toll so ungefähr und oder mache ich da doch noch so oder hätte ich die ersten die vorderen auch nur einen halben block machen sollen vielleicht vielleicht ist jetzt glaube ich auch nicht ganz so wichtig was fehlt sind natürlich irgendwo noch beleuchtungseinrichtungen aber gut okay da ist aber jetzt hier also innen finde ich dunkelbraun das ist eigentlich okay aber außen ist das echt zu fett das ist auch irgendwie zu 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 konturlos eigentlich eigentlich ist ein bisschen konturlos vielleicht mache ich auch einfach noch eine schicht wurzelholz drumrum äh quatsch eichenholz oder auch nur so einzelne strebe streber streben na da habe ich vor zwei übersehen so ich mache mal ganz kurz eine aufnahme pause und muss uns mal überlegen wie ich das denn finde ähm dann würde ich sagen bis gleich und später und tschüss ja tschau jetzt mal wieder